So, willkommen zurück bei Unteldorn. Wir brechen jetzt mal in die Lodge ein. Ich frage mich gerade, was soll da in dem Schrank sein, dass man den einfach wegschieben kann. Oh, 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 oh. Alles okay. Hätte ich in der Kletterstunde mal besser aufgepasst. Du meinst Sport? Ja, da, wo man das Seil hoch muss. Oh. Oh, war ich das? Ich glaube nicht. Hier, nimm das. Oh, Chris, ich habe gerade eine Wahnsinnsidee. Ja? Absolut. Lass hören. Okay, also, ich bin ziemlich sicher, ich habe noch irgendein Deo in einem der Badezimmer. Benutze doch das mit dem Feuerzeug. Ich schnall das nicht. Wie soll uns ein Deo-Stift denn helfen? Spray, Mann. Es ist Spray. Oh, ja. Jetzt verstehe ich. Flammenwerfer. So wie bei unseren Spielzeugsoldaten. Ja, die so schön schmelzen. Einfach das Spray ans Feuerzeug halten und usch. Bye-bye, verheißt das Schloss. Bingo. Okay, du kriegst es hin. Ich muss schnell was erledigen. Ist es okay, wenn du dich kurz allein durch Dunkel kämpfst? Nein, aber ich mach's. Geh mit Gott, Partner. Was sind denn das für Fenster, wenn man die einfach mal so aufmachen kann? Von wegen alles verschlossen. Kann jeder auch schreien. Was haben wir denn da? Ein Zettel? So, was haben wir denn da? Nein. Oh, verdammt. Ich wollte doch... Oh, dass man das mal halten muss, nervt mich. 5. Juni 1997. Alberta Bagel, keine Ahnung, Ex-Hausmeister wegen Bandstiftung verurteilt. Auch Rache schwur gegen Familie des Filmoguls von Charlie Scott, leitender Reporter. Victor Milgrin, von dem auch der Steckbrief ist, ne? 52 wurde gestern wegen schwerer Bandstiftung in Blackwood Pains zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. Milgrin war 28 Jahre lang als Hausmeister in dem alten Berghotel eingestellt gewesen. Er wurde jedoch entlassen, als Hollywood-Produzent Bob Washington das Anwesen kaufte. Aha. Die Urteilsverkündung endete mit einem aufsehenzerregenden Zwischenfall. Der wütende Milgrin beschimpfte Washingtons hochschwangere Frau Melinda lautstark mit Wüstenoptionitäten, ändernde sie eine dreckige Huhu... und schwor euch allen... und schwor euch alle, deinen... ...mann und eure Kinder dazu kriegen. Weiterhin drohte er, sie läden zu lassen. Okay. Melinda hatte während der gesamten Verhandlung sichtlich umfassend gerungen... äh, gerungen... gerungen... ...gerungen und erklärte später, dass sie zwar bestürzt über Milgrin zu drogen sei, sie allerdings vollstes Vertrauen in das Rechtssystem setze, ihre Familie zu beschützen. Naja. Aber ich glaube, das wird uns... oder soll uns absichtlich auf eine falsche Fährte führen. So, da gehe ich jetzt noch nicht durch. Was haben wir da? Auch wieder ein Totem, oder? Ja. Verlust-Totem. Das ist nicht gut. Irgendwer hat gebrannt. Das könnte M sein. Die Frage ist... F***. Ist das der Hausmeister? Und wurden wahnsinnig... Mörder... ...aßen Menschenfleisch. Mörder. Hm. It's calling Mörder. Okay, hier ist sonst erstmal nichts weiter. Alles klar. Oder? Hat da gerade was geleuchtet? Oder? Nee, doch nicht. Jetzt ist die Frage, kam das Feuer durch eventuell, ähm... ...den Kamin? Ist der Brandstifter hier unterwegs? Oder kommt das durch unser Deo-Ding? Wobei M ja gar nicht zu sehen war. Bisher. Vor der Butze. Was aber nichts heißen muss. Oh, ein Hinweis. Sie treten Medaillon. Okay. Ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Tapfer Kett. Singt ja immer mehr, Alter. Hatten wir nicht noch... Ach so, der Unbekannte. What? Was war das denn? The... Fuck. Hab ich gerade Gänsehaut. Ja, ich gehe alleine durch das dunkle Haus. Ja, warum gehe ich? Beziehungsweise, es ist ja eigentlich ein Ex-Hotel. Das dürfte die Eingangstür sein, oder? Hallo, Ladies. Hi, Chris. Wirklich witzig. Da, woran habt ihr mich erkannt? Solltest du nicht mal... ...das Schloss öffnen, oder sowas? Okay. Okay, Chris finde ich irgendwie auch ganz cool. Irgendwas höre ich doch die ganze Zeit. Hier ist der Fernseher, oder sowas. Das sind Flüstern. Alter, was ist denn das für eine Riesenputze? Na gut, wenn ein Hotel ist, ist es klar. Oder Hotel war. Aber wer kauft sich das Ding denn und dann benutzt er das eigentlich kaum? Alles abgedeckt und macht doch viel zu viel Arbeit, ey. Ich würde jetzt ungern eine Tür gerade öffnen. und ich weiß auch nicht... Hat er nicht gesagt, Bade... ...ein Badezimmer, aber nicht welches, oder? Achso, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Ich fühle mich nicht wohl... Oh, was ist das denn? Der geht nicht? Okay. 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 Thank you. Okay. 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 Eine neue Nachricht. Neue Nachricht. Rufen Sie mich an, wenn Sie mehr wissen wollen. Ende der Nachrichten. Okay. Also scheinen die ja doch normalerweise da zu wohnen. Geh ins Bad. Ja. Und die sind im Winter immer weg, oder wird... Eventuell kommt dieser Straftäter hier noch vor. Aber ich glaube nicht, dass es der Typ war mit dem... Feuerding. Flammenwerfer. Wahrscheinlich ein Flammenwerfer. Gut, da bleibt ja nicht mehr viel übrig. Müssen wir nach oben. Warte, warte, warte. Wir könnten auch nach unten. Ich vermute ein Bad eher oben, aber ich möchte... ...vor alles erkunden, was geht. Gerade wegen dieser Thematik. Dass man nicht weiß, ob man dann... ...irgendwas verpasst. ...ein Familienfoto. Ach, die drei. Okay. George mit seinen hübschen Schwestern. Hannah, Bess. Ihr seht super aus, Leute. Ich kann aber nicht noch mal umdrehen. Da hat sie das Medallon nicht dabei, oder? Doch. Ich glaube doch. Doch, ja, hat sie. Und den Schmetterling. Und den Schmetterling. Und den Schmetterling. Und den Schmetterling. ok hier kann ich gar nicht mit interagieren so wie es aussieht eine komische tür dann probieren wir die tür einfach noch mal aber ich glaube die wird genauso verschlossen sein cinema room ich meine hier würde ich auch niemals alleine drin wohnen wollen man hört jetzt die ganze zeit den sturm da draußen überall knarzt es mag ich nicht so dann gehen wir mal ins obergeschoss ich frage mich bloß warum man den hausmeister feuert wenn man das ding hier kauft man braucht doch jemanden der das stand hält ja mach doch mal zu oh ein filmpreis bester horrorfilm ist das jetzt hier rechts im badezimmer bleibt erstmal noch draußen warte mal hier ist gar nichts weiter was sie denn tür aber wieder mal abgeschlossen ich nehme mal an der offene gang wo wir noch durch können gleich wird zu den zimmern führen irgendwie viel zu viele sitzmöglichkeiten glücklichkeiten hier 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 ist hier hier Das ist doch aber auch die Wanne, die wir gesehen hatten. Warum ist das auf einmal ruhig? Inferno, für man. Scheiße, scheiße, scheiße. Wenn er gleich das Ding auch noch anfasst, ohne sich zu... Ja. Danke, danke, danke. Die Show läuft die ganze Woche. Shit! Mann, das Ding hat mich erschreckt. Was war das? Bist du okay? Das war ein Bär oder ein Tiger oder sowas. Oh, es war nur ein süßer, kleiner Baby vielfraß. Baby? Keine Sorge, du wirst bald ein großer Junge sein. Ja. Home sweet home. So würde ich das nicht ausdrücken. Oh mein Gott, es tut so gut drin zu sein, auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist. Ich mach mal Feuer an. Hier hat sich ja kaum was verändert. Es war niemand hier oben. War nicht die Polizei ständig hier? Nein, in letzter Zeit war hier nicht viel los. Oh. Was geht, Party People? Hey! Fühl dich wie zu Hause, Bro. Klar doch. Ja. Komm doch rein. Mach's dir bequem. Nimm dir, was du willst. Aber das machst du ja sowieso. Stimmt's? Wow. Ganz ruhig, Cowboy. Hm, herausfordernd würdig, glaub ich. Wieso verdammt warst du mit M auf dem Weg? Was? Ich hab euch gesehen. Durch das Teleskop. Vorhin? Wir haben uns zufällig getroffen. War ne Weile her, deshalb haben wir uns umarmt. Ist das verboten? Hm, es war bloß komisch, dass sie hinterhergerannt ist. Daher trau ich dem Ganzen nicht so. Ähm. Klar. Eher klar. Bestimmt war das alles. Weißt du was? Denk doch, was du willst. Ist mir egal. Pass bloß auf, Mike. Oh mein Gott, das ist so eklig. Hast du vor, sein Gesicht aufzufressen? Ähm. Im Ernst jetzt? Durchschaubarer geht's ja bald nicht mehr. Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flinchenshow zu laut? Da ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht landen konnte. Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen. Glückwunsch zur schönsten Kuh. Nein, wie kreativ. Nenn Miss Homecoming eine Kuh. Ähm, komm schon. Nein, Schnauze, Matt. Halt dich da raus, du Trottel! Hey, pass auf! Ach, außer dir darf ihn keiner runtermachen. Gehört dein Spielzeug allein dir? Du bist so ein Miststück. Von mir aus. Es ist mir sowas von egal, was du denkst. Wenigstens kann ich denken. Jahrgangsbeste Einserzeugnis. Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Du könntest nicht mal schimmliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch. Ach, ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas. Ähm, ich würde immer noch entschärfen. Emily, stopp! Das geht echt zu weit. Es gibt keinen Grund, sich so aufzuführen. Ja, ähm. Warum streitest du dich um deinen Ex-Lover? Hm? Hört auf! Das ist nicht der Grund für unser Treffen. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay. Ehe wir uns nach zehn Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Mike, sieh dir doch mal die Gästlütte an, von der ich dir erzählt hab. Ja. Ja, okay. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. Sie liegt ein Stück den Weg hoch. So viel dazu. Ja. Also, Josh, ähm, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Ha? Meine Tasche? Die, äh, das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, äh, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Silettos und... Du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich mein, äh, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauch meine Tasche! Oh mein Gott, M, vielleicht, hast du sie nur vergessen? Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also, ich... Glaubst du's? Schätze nicht. Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm. Okay. Okay, dann los. Okay, ich nehm' jetzt ein Bad. L компleisten... Und unbe然後 circuit Melissa nach metro bis 8. Uahh, im Exil. Im Exil. Exil. Ha, nichts dagegen. Oahh. Wie weit ist das überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte? ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest, das du je sehen wirst. Falls wir jemals ankommen. Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Hey, Pornostars! Ihr braucht den hier. Pornostar? Ich würde es mir ansehen. Äh, Gitt. Sorry für den kleinen Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen. Puh. Ach. Oh, fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Es ist dunkel da draußen. Okay. Verstanden. Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet. Okay. Willst du fragen, ob er mitkommen will? Was, wirklich? Was? Nein. Na gut. Dann geht's hier in der nächsten Session wieder weiter. Spitze wird dann gemischen. Bis denn. Nein. Bye.